Hallo, herzlich willkommen bei Wiederaufführung. Alte Filme neu entdeckt, Großlustern, steilen Thesen, garantiert nicht spoilerfrei und jede Menge gefährliches Halbwissen. Auch heute bin ich wieder hier, der Max und an meiner Seite die Carly. Ja, letztes Mal haben wir über Gilda gesprochen. Ich habe auch keine Ahnung, wann die Folge rausgekommen ist und wann diese Aufnahme hier rauskommen wird. Heute bleiben wir auch im Jahre 1946 in Hollywood oder beziehungsweise 45, 46 und haben ausgewählt The Big Sleep, Tote schlafen fest, beziehungsweise ich habe den ausgewählt, weil das so ein Film ist, der glaube ich bei mir gefühlt schon so ewig auf der unendlichen Liste, der muss man mal gucken Filme steht. Und wir hatten ja vor kurzem geschaut Gangster in Kilago mit Humphrey Bogart und Lauren Bacall, die eben auch mitspielen, die waren nachher verheiratet. Ja, die waren zu dem Zeitpunkt schon verheiratet. Ich überlege ja schon die ganze Zeit, weil der Film, den wir jetzt gucken, von 1946 ist und zwei Jahre vorher, ob die den sozusagen bei diesem Film dann kennengelernt haben. Aber das kann ich jetzt nicht sagen. Das Cover der deutschen Blu-ray sagt auf jeden Fall, das ist der Film, für den sie geboren wurden. Da wird also gleich mal ganz groß, mal wieder die Messlatte gehängt, so rum. Ja, mein Vorwissen zu dem Film sieht so aus, dass ich glaube, dass es sich auch um ein Film noir handelt, was ich bei Gilda halt nicht wusste und das hier eben um die Hardboiled Detective geht und wahrscheinlich so einer der Rollentypen, auf die Humphrey Bogarton auch festgeschrieben war, in meiner großen unbekannten Sicht auf seine Filme, weil ich nicht so viel von ihm kenne tatsächlich. Das ist ja witzig mit dem ersten Film, den ich je mit ihm gesehen habe, bei African Queen und da ist ja genau das Gegenteil. Ja, stimmt. Das ist ja auch schon ein bisschen später. Ja, hast du noch irgendwas, was du loswerden möchtest zum Filmen oder sonst wie? Nee, also ich lasse mich da komplett überraschen. Ich habe auch kein großartiges Vorwissen, ich weiß auch nur Film noir. Ja, ich habe gelesen hier Detective Philip Marlowe, das ist seine Rolle, sehr, sehr bekannte Namen, auch in der Krimiliteraturwelt, aber ich habe jetzt auch keine Ahnung, wo schon steht, greife ich das vor. Ich behaupte Raymond Chandler und greife nochmal schnell nach dem. Achso, ich hatte Pat Fischer-Heißen und gedacht, aber ich weiß es nicht. Raymond Chandler, genau, der hat die Vorlage geschrieben und hat ja so einige Vorlagen, glaube ich, geliefert mit Philip Marlowe. Ja, ich glaube, der Malteser Falke ist ja der andere ganz große. Ach ja, doch, das ist ein Name. Und der fehlt mir auch noch. Ja, ich merke auch gerade, wenn ich so nachdenke, mit Humphrey Bogart habe ich jetzt bewusst dann drei Filme gesehen. Einmal Gangster in Quilago vor kurzem erst zusammen, dann auf jeden Fall African Feen und nichts vergessen Casablanca. Ah, und Sabrina, den haben wir auch vor einer Weile gesichtet. Der Komödiant. Heute kommt er in die Top 5. Der Komödiant ist Sabrina. Genau, und ich hatte gesehen William Wyler's Desperate Hours und der heißt auf Deutsch, ich komme erst mal zum anderen Film, den ich noch mit Humphrey Bogart gesehen habe, Der Versteinerte Wald, The Petrified Forest. Das war, glaube ich, eine seiner ersten Rollen für Warner. Die ist in dieser Warner Gangster Collection, die es auf Blu-ray gibt. Da hat er noch einen Bösen gespielt und Desperate Hours, an einem Tag wie jeder andere. Und sonst wird es bei mir auch sehr schnell, sehr dünn, was Humphrey Bogart angeht. Casablanca ist auch einer der großen Lücken bei mir. Ja. Ja, aber Sabrina? Sabrina, ja, genau. Aber sonst, African Queen ist so halb, ganz entfernt, irgendwie so in Kindheitserinnerungen verschwurbelt, dass er da mit Catherine Hepburn irgendwie den Fluss entlang schippert. Ich glaube, das ist jetzt auch ein Gefühl vom Szenario, das ich das letzte Mal gesehen habe, aber ich habe ihn auf jeden Fall in meine Erinnerung auf einen Podest gestellt. Ja, in diesem Sinne, The Big Sleep, Tote schlafen fest. Schauen wir mal rein. Bis gleich. Später. Ja, und bis gleich sind wir schon wieder zurück. Das ging ganz schnell. Genau, für euch ein paar Sekunden hier zum Hören. Für uns, ja, was war das jetzt? Anderthalb, eine Stunde 50 oder so geht da, glaube ich. 114 Minuten, ja. Genau. Ja, eine Erstsichtung für uns beide, ne? Genau. Und, äh, was sind so deine ersten Eindrücke nach dieser Sichtung? Also erst einmal ganz wertungsfrei, der kam mir lange hervor und der Film fällt vor allen Dingen durch seinen unglaublich schönen Humor auf. Gerade die Hauptgastelle hier, Herr Bobogert, seine Rille, das ist mal Philipp Marlowe, hat sehr viele geile Witze, die immer wieder sehr schön lustig rüberkommen. Also wirklich sehr schön, positiv gewertet von mir. Ja, da würde ich gleich kurz anmerken. Also, äh, ich würde auf jeden Fall nicht sagen wollen, dass es eine Komödie ist, aber es sind auf jeden Fall sehr viele trockene, teilweise auch zynische und richtig harte Sprüche drin, ja, wo man gut drüber lachen kann, ja. Ja, das ist jetzt unser zweiter Film-Noir in Folge. Aber aber auch anders, ne? Also, ähm, oder von der Handlung her natürlich auf jeden Fall. Das hier ist ein wirklicher Krimi, sage ich mal. Ja. Ja, und ich habe jetzt auf jeden Fall gerade total Lust, jetzt müssen wir eigentlich direkt Chinatown hinterher gucken oder wahrscheinlich auch sowas wie Malteser Falco oder ähnliches, wo eben dieses, also das ist für mich so diese Geschichte, dass da stolpert jemand in der Geschichte, die viel größer ist, als man zunächst denkt. Und, ähm, der Unterschied zum Beispiel zu den, weiß ich gar nicht, zu dem, was ich denke von Hitchcock ist, dass wir keinen Wissensvorsprung haben. Wir erkunden die Welt zusammen mit unserer Hauptfigur. Ja, aber ist es dann bei Hitchcock immer so, dass du einen Wissensvorsprung hast? Ne, ich glaube nicht, aber, äh. Also, wenn ich jetzt, also, was mir spontan einfällt, gut, bei Rope, okay, dann haben wir zehn Minuten Vorsprung. Ansonsten hier bei Hitchcock im Hof haben wir auch keinen Vorsprung. Ja, glaube, ich denke gerade an, weiß ich nicht, an die Tatsache, was, was Suspense ist. Der Suspense ist, dass wir wissen, was, was passiert oder wo die Gefahr liegt und der Protagonist weiß das nicht. Ja, wie auch immer. Auf jeden Fall ist hier eben die Sache, dass, äh, auch wir mit sozusagen, äh, Philip Marlowe theoretisch miträtseln können, was denn nun wie ist und wer und warum mit wem und wem nicht und der tot oder nicht tot und lebt derjenige noch und ist diejenige noch da? Ähm, ja, und, äh, das ist für mich jetzt auf jeden Fall so ein, so ein, so ein großes Puzzlestück, äh, so davon, ich kenne Chinatown und weiß, dass Chinatown sozusagen sich auf solche Filme bezieht, aber ich kannte bisher eigentlich kaum diese Filme, auf die er sich bezieht. Ich kenne Chinatown nicht, ich kann das jetzt nicht großartig kommentieren, leider. Ja. Also ich finde, das, also geht mir zumindest bei Chinatown, glaube ich, auch so, das ist, äh, kein, äh, leichter, einfacher Unterhaltungsfilm, wo du sagst, ah, komm, heute gucken wir den, sondern ist schon, äh, äh, also jetzt auch hier Tote Schlafen, Feste, Big Sleep, was, wo man schon so ein bisschen sich auch, ähm, reinkämpfen muss vielleicht, je nachdem, äh, was eben so diese ganzen Verwicklungen angeht und, ja, jetzt haben wir hier noch eine Person und der noch und was ist mit dem, jetzt ist der eine auf dem Eimer tot, aber wer war der jetzt eben, jetzt sind wir schon hier bei einem anderen, also das, was ein ziemliches Geflecht ist, was man gar nicht so leicht entwürgt kriegt am Anfang. Ähm. Ja, vor allem diesen ganzen Namen, ne, also ich habe immer so Probleme damit, mit Namen zu merken, wo werden dann alle ähnlich heißen und dann auf einmal so viele auf einmal reingeflochten werden, da habe ich auch mal teilweise gedacht, ja, oh Gott, wer sind das jetzt, ach, wovon redet der jetzt, ach der, ah ja, mhm, mhm, okay, dann ist der Film jetzt eine, ach nee, da ist ja noch, da ist ja noch ein Handlungsbogen auf dem, also Gesundheit, äh, ja, so ging es genauso, ich hatte zum Beispiel bei einer, die war einfach in der Storyline am Ende gesagt, na, hab ich das jetzt verpasst, wurde das jetzt schon aufgelöst, hab ich das jetzt geschlossen, oder haben die das jetzt noch gar nicht gesagt, also, ja, möchtest du mal anfangen, auch noch mal eine kleine Inhaltsangabe versuchen wollen, oder? Äh, also Inhaltsangabe ist, ähm, Privatdetektiv Philip Marlowe, gespielt von Humphrey Bogart, wird, äh, von General Sternwood, einem sehr alten Mann mit zwei, äh, gutaussehenden Töchtern, angeheuert, um, äh, herauszufinden, wer ihn erpresst. Das ist die Ausgangssituation, und ganz schnell geht das alles in Leichenliegen plötzlich rum, da möchte jemand, dass er nicht weitermacht, dort sagt jemand, ach, das ist alles ganz anders, und Tüdel die Tüdel, äh, ich werde jetzt nicht den Versuch unternehmen, das hier irgendwie aufzudröseln. Ja. Und eine der Töchter ist eben Lauren Bacall, äh, äh, ja. Ja, also eigentlich, äh, Sam hat ja zwei, also wie schon gerade, hat das zwei Töchter. Die eine ist, ähm, eine sehr hübsche, sehr bodenständige, auch gut geratene, das sind die ältere, das wäre die Gespür von Lauren Bacall. Und die andere, die jüngere, ist noch eine recht naive, äh, die sozusagen, die halt bei den Männern immer die Aufmerksamkeit buhlt, noch nicht wirklich ihren Platz im Leben gefunden hat, und sich gerne mal von einem, na, einer Schwierigkeit in die nächste reitet. Ja, und die vor allem auch Drogen nimmt, ne, oder? Naja, die auch mit der, äh, mit der, ähm, ja, mit der Drogenszene verkehrt, mit der Spielerszene verkehrt, also unter der, sozusagen dem Underground, alles, was illegal ist, und die den Papi jetzt nicht so glücklich trimpt, sagen wir es so. Ähm. Ja. Und das ist auch die, weswegen sozusagen die Erpressungen immer ins Haus ziehen. Ja. Ja. Also, ne, also ich fand teilweise im Film, auf der, ich glaube, auf der Hälfte des Films gefühlt, ähm, da wird er ja auch, da ist, ich weiß gar nicht mehr, da war ja auch, da ist ja doch der Malo dann sozusagen, im Gespräch mit den anderen, und dann sagt er ja auch nochmal, ja, es geht ja darum, jetzt sind zwei Töchter, die eine ist ein Angel, und die andere ist nicht so gut. Und, äh, was ist, wenn sich das alles auf einmal wendet und dreht und hier und da, also was er auch selber in dem Moment weiß, denkt, ja, ich bin jetzt auch, äh, verwirrt, auf der Hälfte, ne, dass er natürlich nicht mehr diese coolen Fassade am Anfang hat, also am Anfang ist er ja der ganz coole, wo alle Frauenherzen hinfliegen, der, der anscheinend ist. Also, wie ging's dir, sollte er auch so ein total gut aussehender Typ sein, weil es ist ja sowohl bei der an der Bar, äh, also in dem, in dem Café, im Buchladen, also es ist ja wirklich so wie, ich mach schon mal meine Bluse auf, egal wer sie sind, aber. Ja, das war schon so für die Spawnverhältnisse, ne? Also es war schon, ich fand es sehr extrem, weil ich so dachte, also ich finde jetzt Humphrey Bogart ist schon ein Mann, ne, aber ist jetzt auch nicht, ich, weiß ich nicht, vielleicht hab ich's einfach nicht gesehen oder so, dass er so viel, äh, Sexappeal hat, das konnte ich nicht so ganz. Findest du Humphrey Bogart nicht sexy? Ne. Wie gesagt, ich find das schon ein ordentlicher Mann und so, aber, äh, so wie die da, da hinschmelzen, oder vielleicht sind die Damen auch einfach so, äh, darauf aus und brauchen endlich einen Mann wieder an ihrer Seite, keine Ahnung, aber das fand ich schon ziemlich heftig, wie, die, also, einerseits trägt das natürlich zu der ganzen Atmosphäre und Stimmung bei, aber teilweise hab ich schon gesagt, okay, alles klar, der braucht ja nicht mal versuchen irgendwas, also, das machen die ja schon von selbst hier, die haben schon fast ihre Klamotten abgeworfen, nur weil er da die Tür, weil er zur Tür reingekommen ist, so gefühlt. Ja, vielleicht ist aber auch wirklich der Charme gewesen, ne? Er hat ja auch immer einen Witz nach dem anderen gerissen, er war ja auch ganz witzig dabei, hat, kam immer gut an, und sogar ich fand ihn witzig, Das ist natürlich auch wieder richtig, also, die Dialoge sind sehr, sehr gut auch wieder, also, ne, sowohl wahrscheinlich durch die literarische Vorlage, als auch durch die drei Leute, die mindestens am Drehbuch geschrieben haben hier, äh, da kann ich auch nichts gegen sagen, ja, das zieht ordentlich rein. Ich find sowieso bei Film Noir, ich weiß gar nicht, funktioniert eine Film Noir in Farbe, also, ich find mit Schwarz-Weiß ist natürlich, weil diese Stimmung sozusagen nochmal verstärkt wird, dass hier dieses Mysteriöse und Geheimnisvolle ist, wo sozusagen bei dieser Serie, wem kannst du trauen, wem kannst du nicht trauen, äh, wenn ich jetzt so versuche, jetzt in moderne Filme reingucke, ich glaub, dieses, auch wenn du jetzt mal ein richtig lustiges Karts-und-Maus-Spiel vielleicht mal hier hast, aber jetzt so richtig diese, diese knisternde Underground-Atmosphäre selbst, die hast du doch mit Farbfilmen gar nicht so gut rüber, oder bin ich eigentlich beeinflusst durch meinen Filmgeschmacken? Na, es käme eben darauf an, was man eben so sagt, also, ne, es gibt mit Sicherheit ganz enge Definitionen von Film Noir oder weitere, so wie gesagt, ich hab das, also ich hab's bei Gilda ja gesagt, dass ich mir gerne halt, die Sachen, von denen ich meine, die gehören zu einem Film Noir, und wenn die Sachen für mich zutreffen, dann reicht mir das, ob das nun wirklich eine ist oder nicht, ist mir egal, aber Schwarz-Weiß ist für die, in Anführungszeichen, Original-Film-Noirs natürlich ein Merkmal, und bei den Neo-Noirs oder den, die sie eben sehr darauf funktionieren, wie zum Beispiel Chinatown, die sind dann auch in Farbe, Blade Runner, solche Filme werden ja auch so mit rein, oder, Ach echt? Beeinflussen, ja, ist auch wieder dieser Cop, der nicht so wirklich der Gute, nicht der Böse, und diese Film Verteil ist auch irgendwie da, das Spiel mit dem Licht und Schatten ist ganz toll, aber ist natürlich in Farbe, der Film. Also diese zwielichtigen Figuren, da wird dann eben das, ja, vielleicht ein bisschen der Begriff natürlich noch mal ein bisschen erweitert, weil man das, wie gesagt, man kann das eben so sehen, man sagt, ja, nee, Film Noir kann nur sein, Episode von 1940 bis 1950 oder so, in dem Rahmen die Filme, alles, was danach kommt, ist eben höchstens inspiriert davon oder so, aber ist nicht mehr direkt Film Noir oder so, aber wer bin ich, dass mir das jetzt so wichtig wäre, wie man die nur einsortiert oder so, aber ich stimme dir auf jeden Fall zu, dass so ein Schwarz-Weiß entsprechend eingesetzt wird, wenn man weiß, wie man damit dann umgeht, das hat schon einen enormen Reiz. Auch, wenn ich gestehen muss, gerade jetzt auch im Vergleich zu Gilda, fand ich, entweder wurde es hier deutlich subtiler angewendet oder es ist mir auf jeden Fall nicht so sehr aufgefallen. Ich fand, hier war sehr viel vom Inszenierungsstil so ganz klassisch, also du hast dann die beiden sprechenden Leute, siehst du, sie gucken Richtung Kamera oder das Gesicht ist in der Kamera, man sieht immer, wie sie reden. Ich finde gerade so den Inszenierungsstil von den beiden, also von Bacall und Bogart, die kommen nicht genauso gleich wie bei Kielago. Also das war, ich war sogar da, hätte ich jetzt, wäre ich jetzt eingeschlafen aufgebaut, hätte es auch der gleiche Film sein können teilweise. Also das war echt so dieses, ich weiß nicht, ob das jetzt so typisch für die beiden sozusagen stehen sollte, als das Traumpahne-Film-Maschinerie, dass das sozusagen so dieses gemeinsame Spiel war. Oder ob ich da jetzt übergründisch bin, aber das ist mir echt so aufgefallen, weil ich dann so, hm, krass. Also du hast recht, es ist das klassische Spiel, ich finde, hier wird auch nicht so mit der Erotik gespielt, funktionsweise das Knistern, was man sozusagen erwartet von der Film Fatal. Gut, das kam für mich jetzt nicht so stark rüber, das kann natürlich aber auch daran liegen, dass wir mit dem Gilda, mit Gilda gestern das Extrem gesehen hatten. Also das kann ich mir schon sehr gut vorstellen, dass es damit zusammenhängt. Naja, also wir haben natürlich trotz allem diese Dialoge drin, die eben über was ganz anderes, wo sich über was ganz anderes unterhalten wird, wie hier, ich mag Pferderennen und ich will gucken, ob das Pferd von vorne läuft oder ob es eher so von hinten das Feld aufrollen wird oder sonst wie, wo auch eben ganz klar ist, ja, ja, genau, es geht hier um Pferderennen, natürlich. Aber ich finde auch, das wirkte hier irgendwie, ja, kühler, glaube ich, als bei Gilda, was aber auch passt. Was sehr witzig ist eigentlich, weil man denkt, dass bei Gilda ja der Hass die Liebe ersetzt hat, offiziell, ne? Dass es jetzt hier kühler wirkt, das ist natürlich ein krasser Kommentar. Nein, ich finde aber, das kühle zählt ist ja eigentlich das, was so diese Welt auch mit ausmacht, also das alles so irgendwie, diese Distanz, die da immer überall da ist und so und dieses, ja, wem vertraut man und gibt es ja eigentlich sowas, sowas Positives, irgendwie ist das doch alles ganz schön verkommen und nicht richtig und nicht ordentlich und so und Leute werden umgebracht und dieses und jenes. Also ich muss auch gestehen, ich habe, ich habe ordentlich gebraucht, um mich da ein bisschen reinzukämpfen. Es war auch für mich nicht so leicht, den heute zu sehen hier. Das hätte ich gar nicht gedacht. Also ich muss ehrlich sagen, ich habe nur eine gegenteilige Empfindung gehabt. Ich habe am Anfang kam ich relativ schnell rein, also ich wirklich sehr schnell rein. Ich fand der Humor, weil es sozusagen, also gleich mit Bogart losgeht und wie er sich selber darstellt als sozusagen der, der Kecke, der nicht auf den Mund gefallene Ermittler hat, weil es dem man nicht zu nah trinken kann, der sich halt über das Leben kämpft und den man eigentlich gar nicht so in Verlegenheit bringen kann. Und dann halt auch mit seinen Witzen, der lockert gleich die Stimmung auf und dann auch halt diese Seiten, die Seitengeschichte mit der IRA, dass sozusagen, der, ihn engagiert, der ältere Herr, der nur auf so ein elektrischem Töchterchen aufpassen möchte, dass der auch auf, sozusagen, vorher Einermittler hatte, der vorher bei der Irish Republican Army sozusagen gearbeitet hat und dem immer die ganzen Geschichten erzielt hat. Also wo ich dann so denke, ja, okay, mit was für Kreisen verkehrt er denn jetzt schon? Da geht es ja schon gut los. Das ist ja eine gute Vorbildfunktion, wenn er sozusagen seine Töchter solchen Leuten aussetzt. Und ich fand auf jeden Fall, dass sie am Anfang relativ schnell, ich bin wirklich schnell reingekommen, fand es auch lustig, ich hatte wie gesagt meine Probleme mit den Namen, aber das habe ich ja immer, weil ich ja gemein kein Mensch bin, der sich keinen Namen merken kann. Das ist mir auf jeden Fall aufgefallen, aber ich hatte nachher am Anfang das Gefühl gehabt, oh, jetzt erschöpft sich das langsam. Also ich hatte das Gefühl gehabt, oh, na jetzt können wir auch mal langsam zum Ende kommen und ach, jetzt kommt noch das Ding, jetzt kommt noch mal so ein großer Schode, noch mal so ein Schode und wo ich dann so, also, auch wenn mir die Inszenierung gut gefallen hat, aber das hat immer noch ein bisschen verkürzen können. Deswegen, als ich am Anfang das gesagt habe, ich will das ja gar nicht mal von der Storyline schlecht machen, dass es mir länger vorkam, der Film, also das ist einfach so, weil ich immer das Gefühl hatte, dass der Sack schließt sich und dann springt der wieder auf. Also weißt du, was ich meine? Naja, es sind halt so viele Fälle, also mit dem Reinkommen meine ich auch eher, dass dieses, okay, wer will jetzt was von wem und wieso und also dieses Miträtseln meine ich glaube ich eher, also die, wie die Dialoge geschrieben sind, wie es inszeniert ist, da komme ich auch gut rein, also gerade auch dieses, ja und jetzt unterhalten wir uns hier im Gewächshaus, weil der Typ so alt ist und er möchte sehen, wie er trinkt. also das sind so viele, die Dialoge oder diese ganze Exposition und die ganzen Sachen werden ziemlich clever arrangiert und alles, dass man über vieles eigentlich so nachdenkt, so wie du eben sagst, ja der hatte bei der IRA gearbeitet, seinen ehemaligen, seinen Vorgänger sozusagen und er guckt anderen Leuten gerne beim Trinken zu, weil er selber nicht mehr trinken kann und all das ist eigentlich völlig unerheblich für die Handlung, weil eigentlich geht es nur darum, okay, die Exposition ist, Philipp Malo wird angeheuert, er soll rauskriegen, wer der Erpresser ist, so und jetzt schreibt man die Szene, wie der beauftragt wird, hier, ich werde erpresst, kümmern wir nicht drum und dann schreibt er eben sowas drumherum und die Tochter, die Töchter werden eingeführt und es wird gleich so eine total starke Atmosphäre dadurch aufgebaut, also das klappt total gut, ich meine eben eher dieses, okay, wir fangen jetzt an, hier dieses Wollknäuel zu enttüddeln, da sind Faden, da sind Faden, da sind Faden, oh ich habe gerade Faden Nummer 1 ist mir gerade aus der Hand gerutscht, ich habe jetzt noch drei andere Fäden, wer ist Sean Regan, wer ist Eddie Maas, wer ist das, das, das und das, also das, darauf beziehe ich mich tatsächlich eher dann. Achso, okay, dann habe ich das vielleicht ein bisschen falsch verstanden, aber ich möchte auf jeden Fall noch mal kurz einfügen, weil wir vorhin jetzt auch mal gesagt haben zur Richtigstellung, also für die IRA gearbeitet, das ist ja auch nicht so richtig korrekt, das ist ja kein richtiger Arbeitgeber. Das sollte man halt mal kurz einwerfen, dass er sozusagen eher eine rebellen Terroristentruppe sozusagen sich da angeschlossen hatte, also nur zum Verständnis halber. Das wollte ich ja mal kurz eingeschickt haben, das wollte ich jetzt mal nicht so stehen lassen. Nee, aber also wie gesagt, das da eben, das alles wird so eingeführt, einfach nur, um eben die ganze Sache ins Rollen zu kriegen und eigentlich ist es ja letztlich relativ unerheblich, ob der nun da gearbeitet ist oder nicht, aber. Und das Witzige an der Sache ist, also wo wir jetzt gerade, wo du jetzt auch schon mehrmals den Gilda vielleicht aufgezogen hast, bei Gilda ist es ja tatsächlich so, dass da auch ganz viel sozusagen feste Kulissen waren, so Studiokulissen, das heißt ganz viel im Casino war, der halt auch im Hotel gewesen ist, der auch mal selbst ja in der eigenen Wohnung war, im eigenen Haus, aber eigentlich gar nicht draußen, das war alles Studio. Und jetzt sind sie hier, sind viele Außenaufnahmen sozusagen auch noch mit reingemischt, gefühlte. Das ist ja der kritische Blick, ich glaube, ich wurde an der Nase herumgefühlt. Ich schmutzelte ganz doll. Ja, ja, ich glaube, ich wurde an der Nase herumgefühlt, dass du jetzt so grinst. Dann erklär mich mal auf. Bin ich da in der Illusionen aufgeliehen oder? Also du meinst, die sind an echten Orten irgendwo draußen gewesen außerhalb des Studios? Jetzt nicht komplett. Also jetzt, ich sage mal, wie bei der Buchszene und solche Sachen, da glaube ich auch, dass das Studio selbst ist, aber jetzt zum Beispiel draußen ist Shodan, das ist ja schon aus wie draußen. Ja, das war, also behaupte ich, das war mit Sicherheit Studio. Also ich kann es noch nicht bewegen, wenn wir das geklärt haben. Aber das war für mich, ja, also die innerstädtischen Szenen, wie du eben sagst, hier bei den Buchladen oder wenn er aus dem Apartment rausgeht und den einen Typen da noch hier abfängt. Das war für mich alles, das ist halt so eine Studiostraße, so ein Warner Backlot ist es dann wahrscheinlich eben, wo auch Warner halt hinterm Studiotor sein riesiges Areal hat und da wurde das gedreht. Bin ich mir relativ sicher, ich kann es natürlich jetzt auch nicht belegen, könnte man nachher mal nachgucken oder so, aber das sah mir schon sehr schön studiomäßig hergerichtet aus. Ach so, na gut, da hat es mich überzeugt. Also muss ich an dieser Stelle sagen, ich fand, das war jetzt nicht irgendwie. Ja, also wenn überhaupt, das ist am deutlichsten noch abgefallen, dass sie eben im Auto, wenn sie im Auto saßen und selbst das war schon ziemlich cool gemacht, auch noch so mit Wind und so ein bisschen Nebel, der vorbeizieht, dass es auch wirklich so wirkt, als würde er da fahren und man hat so eher die untypische Seitenperspektive, nicht immer so von vorne durch die Windschutzscheibe sehen wir die Leute sprechen, das war schon durchaus anders, dadurch wirkte, das finde ich nicht ganz so künstlich reingefügt. Na, ich finde auch ein bisschen, also mir ist einfach ein ganz anderes Stil komplett aufgefallen, also ich fand, das ging halt komplett in eine andere Richtung gefühlt, aber okay, wie würdest du jetzt sozusagen die Hauptcharaktere charakterisieren, oder? Na, die Frage wäre ja erstmal, wer sind eigentlich die Hauptcharaktere, also nur weil jetzt Bogart und Beacorl ebenso, oder Beacorl oder wie auch immer sie noch gesprochen wird, so groß draufstehen. Humphrey Bogart ist für mich auf jeden Fall der Hauptcharakter, ich überlege gerade, gibt es Szenen, bei denen er nicht vorkommt, bei denen er nicht am Handlungsort ist gerade? Nein. Ist mal irgendwo was anderes sehen? Nein. Ziemlich nicht, ja, ja, so gut, aber danach wird es schon, danach finde ich, sind die weiteren Personen, sind eher so, äh, mit einem ähnlichen Anteil ausgestattet, also abgesehen von denen, die dann so nach und nach sterben, aber, ich weiß nicht, ob ich Lauren Beacorl, nichtsdestotrotz, die Frage war ja, wie ich die charakterisieren würde, ähm, ja, Bogart ist schon eben dieser hard-boiled Detective, dieser, dieser hart gekochte, äh, der nicht von der Schlägerei zurückschreckt, der nicht davor, äh, halt macht, dass irgendwo hier ein Gesetz überschritten werden könnte, sondern auch schon dabei ist, äh, ja, das ist schon, ist auch dieses Klischeebild, das nennt so, irgendwie ja eingebrannt, das ist nur dieses Trenchcoat, dann Krempenhut, das ist ja auf jeden Fall, die Zigarette, dann die Zigarette, dann das Büro, wo Private dran steht, ne, dahinter, also das ist schon das, so wie man sich, das ist wirklich so, wie man sich einen Detektor vorstellt, genau das ist es. Also ich kann mir auch gut vorstellen, dass das gerade auch, äh, vielleicht dieser Film oder Filme aus dieser Zeit, dass die natürlich genau dieses Bild auch geprägt haben und eben dafür gesorgt haben, dass das irgendwann Klischees gewonnen sind, knallharte, äh, und, äh, nur weil das eben so präzise oder so genau rausgestellt wird, lässt sich sowas ja dann auch immer parodieren und deswegen findet man das manchmal dann vielleicht auch witzig, wenn man das heute sieht oder so, weiß ich nicht. Ich würde es gar nicht als Parodie sehen, das ist aber, ich würde das, äh, nö, das meinte ich, das hier ist nicht als Parodie gemeint, aber ich meine, nein, das meinte ich auch nicht, ich meine, ich wollte damit nur sagen, das ist mein Bild, das will ich mir das vorstellen, wenn ich ein Buch lese oder ähnliches und da kommt sowas, so stelle ich mir das vor, so wie es im Film dargestellt. Ja, das habe ich auch so ein paar Mal gedacht, wenn, wenn er dann so irgendwie in den Laden kommt oder irgendwo rausgeht und die ganzen anderen Leute auch so und alle so mit diesen Mänteln und den Hut tief ins Gesicht gezogen und solche Dinge, äh, dazu noch die tollen Autos da, ja, das macht auf jeden Fall Eindruck. Ähm, so und Lauren Bacall, die ja hier sozusagen die Femme Verteil geben soll, die immer so undurchsichtig bleibt oder wie eigentlich so ziemlich vieles hier undurchsichtig bleibt, sowohl für den Zuschauer als auch eben für, äh, Bogarts Philip Marlowe. Ähm, ja, die hat schon so ihren, ihren Charme und ihre Anziehungskraft, auch wenn das eben, wie gesagt, hier so, finde ich, eben unterkühlt wirken soll auch, also dieses Distanzierte irgendwie, aber, äh, trotz dieser Kälte und dieses, äh, dieser Distanz, das knistert schon immer wieder durch, ja. Wie würdest du die Schwester Carmen, äh, nochmal benennen? Ja, ich glaube, die, äh, kommt wenig da oder hat, hat jetzt nicht so den, den Raum bekommen, viel mehr zu sein als, äh, Mittel zum Zweck, also sie soll eben die, ach, sie ist eben dieses kleine, junge, verzogene Mädchen vielleicht auch, dass sie halt immer ihren Spaß gönnen und sie kaut immer am Daumen, das ist so ihre Eigenschaft und, äh, einerseits mag dadurch dann die finale Offenbarung nochmal ein bisschen, äh, extremer wirken oder unerwarteter kommen, aber im Grunde finde ich, ist sie eher mehr so, ja, so ein Mittel zum Zweck in der Handlung fast eher als tatsächlich so ein totaler Charakter, wo ich sagen würde, oh ja, das ist ein sehr interessanter Charakter, weil so und so. Ich finde die ganz toll gespielt. Ich hatte auch mal gelesen, äh, dass sie so gut gespielt hat, also deswegen damals ihre, ganz, ganz viele Szenen von ihr und dem Cut zum Opfer gefallen sind, weil die, das Studio damals Backall als da rausbringen wollte und, äh, Backall durch sie an die Wand gespielt wurde. Also habe ich von jemals jetzt schon gehört. Aber was sie jetzt sagen wollte, ist eigentlich was anderes, äh, ist ihr eigentlich aufgefallen, dass immer, wenn er sozusagen eine Frau kennenlernte in dem Film, also der Philipp Malo, ähm, dass immer in Bezug genommen wurde, boah, du bist ja gar nicht so groß, immer so auf die Körpergröße immer so ein kleiner Gag kam, so. Ziemlich viel, ja. Also dass das immer so grundsätzlich der Fall war. Ich frage mich auch, ob das eben durch die Bogart-Figur kommt, also durch die Darsteller und, oder wie viel das eben schon in der Vorlage von, von, äh, Maybe in Chandler drin steckt. Ja, ich gehe davon aus. Was ich ganz wüsste finde, ich finde halt, äh, so voll wie ich Humphrey Bogart bisher kennengelernt habe, war ja doch eigentlich der, der Ernst, immer trübsinnig reinguckende oder sehr, oder sehr, ne, ich will sagen, verklemmt, ist das falsche Wort, ähm, sehr, ja, sehr grimmig, teilweise sehr, sehr rational wirkende Darstellung, dass er jetzt mal hier auch mit so einem kecken Grinsen auch mal auf die Welt zieht und dann mal hier mal einen Witz auf dem anderen schmettert. Das war für mich zum Beispiel ein neuer Humphrey Bogart, den ich vorher noch nicht so wahrgenommen hatte. Also das war für mich mal ein positives, jo, das ist ein, ja, ein positives Schritt in die richtige Richtung. Und ich dachte, oh ja, na gut, das erklärt natürlich auch, warum du auch hier so zum Star geworden bist, ne, oder ein Star warst, weil du das auch mal kannst, ne. Ja. Also das ist mir auch mal sehr positiv aufgefallen und Long The Call, äh, kenne ich jetzt, also aus dem Stehgriff würde ich fast sagen, jetzt nur zwei Filme, und zwar die, die wir heute schon erwähnt haben, gengst an Kilago und tot schlafen fest. Ich glaube, von ihr habe ich nichts anderes gesehen. Oder höchstens mal was vielleicht modernes, was, wo sie mir vielleicht nicht so aufgefallen ist. Und bis jetzt ist für mich also ihr Schauspielstil gleich. Also ich finde nicht nochmal was anderes mit ihr. Sie hoffe doch mal, dass da langsam eine Änderung eintritt oder sie spielt halt immer die gleiche Rolle. Das wäre halt schade. Ähm, ich würde jetzt, also ich habe auch von ihr bewusst jetzt glaube ich auch nicht wirklich viel mehr gesehen. Unbewusst wahrscheinlich auch, vielleicht ein Film mehr sein oder so, wo sie manchmal noch eine Rolle hatte, aber das fällt mir zuhauseinanders auch nicht viel ein. Äh, ja, sie, sie macht auf jeden Fall gefühlt, also soll sie aber auch natürlich so spielen, sehr, nicht zu viel bewegen, nicht zu viel Mimik und Gestik, habe ich so den Eindruck. ne, also sehr, aber es gehört eben zu dem Charakter, ne, sie eben so sozusagen verschlossen geben. Am, am offensten finde ich ist sie ja eigentlich noch, äh, wenn sie da dieses Lied singt bei, bei dieser Feier. Da waren die auch schön gesungen. Eine schön tiefe Stimme. Ja, das ist auch, Und sonst, äh, wenn sie dann mal sich offenbart und sagt, ich bin verliebt, äh, dann ist das eben so wie, es ist kalt, mach das Fenster zu. Also, Und deswegen meine ich eben, dass das, äh, so zurückgenommen, oder man könnte jetzt sagen, naja, sie spielt ja jetzt halt nicht toll, aber ich glaube, da gehört schon ziemlich viel dazu, sich so zurücknehmen zu können, eben sich nicht mit ausladenden Gesten oder so, wo sich dann jeder sofort drin nennt, aber gerade eben dieses kalt wirkende, dieses, äh, nicht Stock im Arsch ist nicht der richtige Begriff, aber so, so dieses, ich würde nicht sagen vornehmen, aber irgendwie so, ich kriege es nicht genau, aber so ein bisschen, steif, aber nicht, nicht, als steif, sondern, also gewollt, so eine Rücken, gerade Haltung, ach, weiß nicht, aber dass sie eben sehr, sehr darauf achtet, wie sie sich gibt, ja. Also, ist denn für dich zwischen Borut und Bukol kein Knistern rübergekommen, oder? Doch, 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 auf jeden Fall, aber, äh, was ich eben sagte, ne, also so kalt und distanziert, wie das hier, wie diese Welt eben ist, aber, äh, die Feuer, die Funken, die fliegen dann trotzdem immer umher, hier, hat Philip Marlowe, er ist halt dieser Detektiv und es wird hier so ein Krimi sein und mal gucken, wie wir das entschlüsseln, alles und so und, äh, also es war schon so in die Richtung, die ich erwartet hatte äh, und ich glaube, das ist so ein Film, der vielleicht auch, dann jetzt eben nicht direkt nach der Sichtung, dass ich jetzt sage, jawohl, endlich diesen Film gesehen, sondern dass sie auch so nach zwei, drei Tagen oder nach ein paar Wochen das ja so richtig schön dann einsickert hat und dass dann auch dieses Gefühl kommt, oh ja, du müsstest ja nicht nochmal gucken, äh, auch wenn die Sichtung an sich manchmal ein bisschen so war, uh, ja, komm, willst du machen wir weiter oder so, äh, ach, gehen die genauso? Ich habe auch ein paar Mal so, habe ich gedacht, oh ja, ich muss hier aber auch dranbleiben, weil wenn ich jetzt aussteige aus der Geschichte, dann komme ich nicht wieder rein, wer hier wer und mit wem und warum und so, also da, da ist auf jeden Fall dieses, okay, okay, wie geht's weiter? und so, aber manchmal war auch schon so, okay, ja, komm, also so eine, ich glaube Slow Burner oder so, werden die dann auch genannt, also der, der jetzt nicht immer ständig ein riesen Feuerwerk abfackelt, sondern der eben so sein Tempo durchzieht, aber eigentlich auch dadurch faszinierend ist, nur dass es eben, dass man manchmal auch gucken muss, oh, wenn ich jetzt einen Schritt daneben kurz mich stelle, dann, äh, werde ich Schwierigkeiten haben, da wieder auf den Zug aufzuspringen und mitzukommen. Ja, geht mir genauso. Also, was ich halt lustig fand jetzt, weil wir, unabhängig davon, von Gilda und Toto Schlafenfest sind ja beide 46 erschienen, äh, wie unterschiedlich sind die Stilmittel waren, also ich hab nur bei Gilda, ähm, hab mir in verschiedenen Ecken jetzt mitbekommen, dass das ein großer Publikumschlager war, auch extrem sozusagen auch ankam, weißt du welche, wie die Reputation von Toto Schlafenfest ist, aber hast du da schon mal was in Vorneu-ähnliches gehört? Äh, hab ich jetzt so, wir sozusagen, äh, zum Kino, zum Erscheinungszeitpunkt, hab ich keine Ahnung, mhm. Bin aber der Meinung, dass Howard Hawks auch zu dem Zeitpunkt schon eine große Nummer, die haben wir noch gar nicht erwähnt, den Regisseur, ähm, und wie gesagt, ich bin nicht mehr sicher, ob Malteser Falke, ob der davor oder danach war, war es ja auch, glaube ich, schon so, dieses mindestens Dreiergespann, Bogart, äh, Hawks und Marlo dann wahrscheinlich war, ähm, wie Marlo, gleich, also die Figur Philipp Marlo, genau, was lange zu sein ist, wenn es noch eine dritte Person dabei wäre, ähm, äh, also, dass da auf jeden Fall schon eine Popularität da war, äh, kann mir gut vorstellen, dass der sehr erfolgreich war, wie gesagt, ich hab's jetzt nicht, äh, im Kopf, aber er ist auf jeden Fall eben ein Film, der sich irgendwie so seinen Ruf in der Filmgeschichte erarbeitet hat, ob's nur daran lag, dass es ein Studiofilm war, glaube ich jetzt, oder, dass es jetzt nur daran gelegen hätte, dass es ein Studiofilm ist, glaube ich nicht, sondern da steckt schon ordentlich Qualität drin, also es ist ja jetzt auch kein, es ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, der Film hat mir nicht gefallen oder war schlecht, sondern ich hab halt ein bisschen, da mitkämpfen müssen. Wie bist du eigentlich auf den gekommen? Äh, na, ist auch einer auf dieser unendlich tausend, äh, zehntausend Filme langen Liste, das muss ich mal gesehen haben, oder will ich mal gucken, und gerade so, eigentlich ist es ja auch eine Phase, die ich sehr mag, oder so eine Art Film, die ich eigentlich gerne mag, eben Krimi, Fett Noir, das stimmt, so in die Richtung Polizeifilme, in Anführungszeichen, eben. Ja, das hast du mal erzählt, ja. Das ist ja, das ist ja, das ist ja spannend jetzt bei uns beiden, weil es ist ja eine Filmart, die ich gar nicht so mag, also es geht auch für Noir, jetzt für die D.O.A., das fand ich sehr, sehr stark gemacht, aber prinzipiell mag ich es halt nicht, weil ich glaube, ich das Gefühl habe, bei mir selber nicht, weil das, also nicht, dass das Genre schlecht ist, sondern ich das übersättigt bin. Dadurch, dass ich ja auch viele Krimis auch gerne mal gelesen hatte und dann halt auch in den letzten Jahren auch ganz, ganz viel, also das ist ja auch ein klassisches Swiller- oder Krimi-Thema in der heutigen Zeit und gerade in den 90er Jahren auch gewesen, wo ganz, ganz viele Cop-Sachen waren. Ich glaube, ich bin einfach bei diesem Thema übersättigt und deswegen habe ich auch nicht so die Lust, mich damit zu beschäftigen. Deswegen war das für mich auch aus dem Stichwort eine extrem überraschend, als du den Diener ausgegraben hast. Ja, also ich fand ihn auf jeden Fall sehr cool inszeniert. Ich fand tatsächlich, also er hat mir auch gut gefallen. Ich fand aber tatsächlich, dass ich als Laie, der nicht so darauf achtete, jetzt vielleicht zu dir oder Christian, da wir nicht so viele schöne Einstellungen drin waren, Kameraeinstellungen, jetzt zum Beispiel bei Gilda, ist mir das ja sogar als Laie total aufgefallen, wenn diese Schattenarbeit da war und die Spiegelarbeit war, wie schön das inszeniert war, auch so teilweise von den Bewegungen her. Bei dem Film fand ich es halt normal. Also weißt du, was ich meine? Also ich habe auch den Eindruck, dass der in Anführungszeichen routinierter gedreht worden ist und da sticht dann zum Beispiel sowas raus wie diese eine Szene mit den Silhouetten, wenn er da relativ im letzten Drittel da, wenn er da an. Ja, stimmt, das ist die einzige Szene, wo mir das aufgefallen ist. Ich meine, gut, ich gebe auch ehrlich zu, das ist ja eine Nachsache, da musst du mich ja mit der Nase aufstoßen. Ich achte ja immer auf andere Sachen. Aber bei Gilda ist mir das halt schon sehr extrem aufgefallen. Ja, hat mir auch besser gefallen. Also ich glaube, hier wurde dann eher gemacht, wie die Schauspieler in der Szene miteinander interagieren. Also das, weniger das, wie es gezeigt wird. Wie gesagt, da würde ich am ehesten vielleicht noch diese Autofahrten, die ich verhältnismäßig überraschend gefilmt fand, mit dem nicht immer nur durch die Windschutzscheibe, sondern von der Seite und so, dass man nicht zu sehr merkt, aber sonst, wenn ich zum Beispiel überlege, wenn er hier mit, genau, wie heißt der noch gleich, der, der, also wo sie, wo er zu der Agnes dazustößt und der Typ ihn mit der Waffe tut. Johnnessy? Nee, nee, noch viel weiter vorne, wo sie dann eben plötzlich drei Waffen haben und dann kommt noch, ich glaube, nee, nee, ist auch noch nicht Jones. Jones war ja erst auch rechts hinten raus, ist ja Johnnessy, hast du ja gerade gesagt. Der Blonde, der Joe Brody oder wie hieß vielleicht was Joe Brody oder Joe Brody die haben alle so ähnlichen Namen. Auf jeden Fall dieser Blonde, der Große, der ihn erst mit der Waffe bedroht, wo er, wo Philip Marlowe eben zu seinem Apartment geht und dann geht es mit den Waffen hin und her und dann kommt noch Carmen dazu und hat auch noch mit der Waffe und dann hat er plötzlich drei Waffen so ungefähr und dann denke ich die ganze Zeit, es ist cool gelöst, also eigentlich ist sozusagen die Todes, der Moment, dass hier irgendjemand stirbt, ist total nah, es wird aber immer noch irgendwie aufgelöst, sogar aufgelockert und immer noch mit diesen kernigen Sprüchen. Ich sage ja nur als Beispiel, Mensch, die Leute gehen immer zu ihrer Waffen, ich weiß gar nicht, wohin damit. Ja, sie gehen mit Weapons. Samu's already sending me Weapons. Und dann wird die Szene ja damit aufgelöst, dass eigentlich die Szene schon fast vorbei ist und dann klopft es nochmal an der Tür und dann wird geschossen und dann stirbt jemand und das fand ich eben sowohl wie dieser Verlauf der Szene ist total cool, eben mit diesem, ja, ständig wird jemand, steht jemand unter vorgehaltener Waffe, aber es schießt keiner und dann, wenn man eigentlich fast denkt, es könnte schon vorbei sein, dann gibt es eben diesen Schuss und, um nochmal auf diese Sachen mit der Kamera zurückzukommen, was ich mir eigentlich wollte, in dieser Szene macht der Typ ja so ein halbes Geständnis, was wirklich ist und er dreht sich halt dann immer so weg und dann sagt Harvey Bogart noch so, ja, und jetzt mach das nochmal, während du mir in die Augen guckst und so und dann sitzt er mit dem Stuhl und Harvey Bogart geht ihm so hinterher, weil er sich immer weiter von ihm wegdreht und so und das ist dann eher das, was ich interessant finde an der Inszenierung eben die, das Schauspiel als eben die Sache, wie sie jetzt eben eingefangen sind, vor allem, dass jetzt plötzlich eine Kamera von weiter oben drauf guckt oder Untersicht ist oder irgendwie sowas, also finde ich auch, dass es mehr wert oder der Fokus eher darauf liegt als auf den Schauspielern, was die so aus den Szenen dann machen, glaube ich. Was soll ich jetzt fragen? Ich habe mich gerade so auf eine Frage fest fixiert und die jetzt, aber es ist jetzt weggerutscht, was war denn das? Sonst frage ich dich, was du so zum Thema Action sagst, also wie war denn das so für dich, also du hast ja auch schon gesagt, du hast auch manchmal so gedacht, oder so ein bisschen Probleme gehabt hier mit dem Film, aber. Ich muss ehrlich auch sagen, ich weiß jetzt auch nicht, ob ich, weil ich teilweise eigentlich tatsächlich unbewusst, nicht bewusst auch abgeschaltet habe, ich habe das Gefühl, ich habe durch die ganze Randung durchstiegen. Also jetzt muss ich mal, stell dir jetzt mal eine Frage, wer hat denn Geiger jetzt getötet? Geiger ist getötet worden von, gute Frage, habe ich auch schon wieder vergessen. Carmen? Nee, nee, das war nicht. Carmen hat den anderen umgebracht. Das war ja quasi diese, das war diese finale Entrüllung. Das war der Knesset in IRA-Tüben. Oh, die Sean. Carmen hat Sean, hatte Sean aus Versehen ermordet. Und Geiger war gestorben, entweder durch Eddie Mars selbst oder durch Eddie Mars Leute. Ja, ich glaube, es könnte Eddie Mars gewesen sein. Oder eben der Joe Brody, der hing da noch mal mit dran. Ja, siehste, super. Aber das ist genau, das hatte ich nämlich auch vorhin überlegt, so ähnlich war das nämlich auch bei Chinatown, so dieses, okay, wer hat der jetzt noch mal, also dass du ganz am Ende nah sitzt, okay, das ist jetzt die Auflösung, aber wie war eigentlich dieser Schritt und was war da eigentlich? Und es ist so diese, diese Mischung aus, ist es interessant gemacht und auch nachvollziehbar geschrieben, aber, ja, das, was ich meine, um da reinzukommen und dann auch drin zu bleiben und wer war jetzt wer und was hat, wer hat wen gerade erschossen und wieso und so. Und wenn man es eben gerade auch nicht sieht oder wenn, wir kommen eben an den Tatort, da liegt ein Leiche und jetzt wird das rekonstruiert oder wer hatte noch mal den Owen umgebracht, den Fahrer hier, den Typen und sowas. Gut, der habe ich schon ganz verdrängt wieder. Aber Chinatown, meinst du den von Polanski? Ja, ja, genau. Okay, also der fährt total mit in diesem Noir-Ding, es hat ja auch John Huston mit dabei als den Großvater. Achso, nee, so muss ich jetzt mal nur das Verständnis für mich fragen, weil ich immer abgleite in so Big Trouble Little China, die ich auch nicht gesehen habe mit Kurt Russell, das ist schon ein ganz anderes Niveau. Nee, aber genau, genau diese Punkte ist eben so, ja, wer hat jetzt eigentlich was, also ich könnte jetzt, ja, ich kann eben auch nicht genau sagen oder bin mir nicht sicher, wie das nun eigentlich genau war, aber während des Films denke ich so, ja, ja, das stimmt und jetzt ist da, oh ja, dann ergibt sich da vielleicht nochmal ein neues Ding und wir müssen jetzt noch dieses Rätsel lösen und da nochmal gucken. Also ich glaube, dass es auch so ein bisschen angelegt ist, zum einen eben miträtseln wollen und dann aber auch, okay, das ist das Rätsel gelöst, aber wir haben schon wieder das nächste Rätsel und zack, 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 zack und immer weiter, immer weiter und irgendwie da wächst sich vielleicht noch was Größeres draus als eben die anfangs erwähnte einfache Erpressung, um die es eigentlich gehen sollte. Ja, schon witzig, ich bin ja immer so ein Typ, ich bin ja ein unglaublich schauspiellastiger Gucker, das heißt, ich bin ja wirklich, wenn mir jetzt der gefällt und diese Konstellation, dann gucke ich, hole ich mir noch den Film wirklich extrem personengeprägt. Gestern habe ich zum Beispiel gedacht, hier bei Rita Harris und John, wie hieß der, John Ford? Nee, Glenn Ford. Glenn Ford, da gibt es auch einige Filme in der Schwebe, die würde ich mir auch gehen und nochmal anziehen gucken. Bei Bick Hall & Booger denke ich mir jetzt so, ja, die Konstellation, ja, reicht. Also ich glaube, ich glaube tatsächlich auch, jetzt wo ich beide Filme gesehen habe, ich glaube, die beiden zusammenpacken mich nicht. Ich glaube, das ist aber nicht, weil sie schlecht spielen, sondern weil sie mich persönlich nicht kriegen. Ich kann dir auch gar nicht sagen, woran das liegt, aber also ich, irgendwie, ich hatte beim Sichten auch ein absolutes Déjà-vu gehabt, weil ich genau die gleiche Verstehung schon beim anderen Film getroffen hatte. Also ich habe mir gedacht, ich glaube, dieses Unterkühlte, was vielleicht auch so ein bisschen auch so zu Bekall, denn so, ja, dazugehören soll, ich glaube, das ist nicht meins. Also das ist nicht mein Spiel. Also kann ich natürlich jetzt nicht, weiß ich jetzt halt nicht, ob sie in anderen Rollen dann auch immer sich so verhalten muss oder so, ob sie sich auch so angelegt sind. Also was bei Bogart mich auf jeden Fall interessiert, ist Schatz der Sierra Madre, was ich auch viel gehört, aber immer noch nicht gesehen habe. Ich würde unglaublich gerne nochmal nach den heutigen Augen African Queen süchten, weil es einfach viel zu lange her ist und ich den dann, wie gesagt, auf den Podest gestellt habe und die Angst habe, dass er dann total runtergekracht, aber das würde mich auf jeden Fall nochmal interessieren und was mich noch interessieren würde, ob das, das wirst du ganz überrascht sein, der Matthäser Falke. Ja, genau, den muss ich auch mal. Ja, also das würde ich auch nochmal, aber ich glaube ich. Und Casablanca ist ja bei mir auch noch so eine große Lehrstelle. Na gut, Casablanca habe ich ja auch kriegen, den könnte ich ja auch mal geben. Also so ist echt, aber Casablanca hat zum Beispiel auch nicht meins, also so damals. Ich habe die jetzt irgendwie in drei Lebensphasen geguckt und ich bin gespannt, wie es jetzt wäre, die haben wir jetzt auch ganz frisch noch geholt, aber ich fand, er hat mich irgendwie immer weniger überzeugt, als die Leute immer sagten, dass er überzeugen soll. Ich bin ja auch gespannt, ob sich das ändert, weil ich ja in manchen Sachen ja auch klischeemäßig im Alter werde. Mal gucken. Ja, aber ich glaube, dann bin ich mit Boga doch durch. Ich glaube, tatsächlich für diesen einen Film oder also den Film, den ich sozusagen noch sehen möchte und den anderen, den ich nochmal sichten möchte und dann, ja, interessiert mich da persönlich auch nicht. Ich habe auch genug andere Sachen, wo ich jetzt denke, oh ja, komm. Ich finde Howard Hawks durchaus interessant, also der Original des Skaffees war ja von ihm und da waren auch so inszenatorisch noch ganz andere Spielchen mit drin, die man kann natürlich auch sein, dass ich hier viel übersehen habe oder so. Aber da hätte ich noch so ein paar Sachen nicht entdecken wollen, würde, behaupte ich jetzt einfach so. Was hat er denn noch so gemacht, mal abgesehen von Skaffees? Ganz viele andere große Best-Side- und Gangster-Filme, die ich jetzt überhaupt nicht nennen kann. Ah, okay. Was mir noch aufgefallen war, dass hier der Kameramann Christian Niby oder Niby, wie auch immer der ausgesprochen wird, Hawks Niby, hatten das Ding aus einer anderen Welt gemacht, 51, glaube ich. Ja. Und so sieht, dass der Produzent Hugh Hefner war. Da frage ich mich, ist das Hugh Hefner- Nee, das war Hugh Hefner bei der Restauration irgendwie. Ach so, ich habe gedacht, das war der Papa. Nee, das glaube ich nicht. Ich glaube, das wird ehrlich, obwohl, das war das Playboy-Imperium. Nee, das war erst ein paar Jahre danach, oder? Naja, wie auch immer. Ja, ich glaube, wir schweifen schon ein bisschen ab. Entschuldigung, ja. Nee, nee, ich kann ja auch sagen, vielleicht ist das eben das, was uns erst mal jetzt hier dazu bewegt. Ja, ich weiß auch nicht. Also bei, ich glaube, ich weiß nicht, das tut mir auch wirklich leid, das ist ja echt nicht mein Genre, da komme ich ja nicht so ran. Obwohl das natürlich ganz viele Leute begeistert und das auch mit Recht, aber ich glaube, wie gesagt, weil es mir so über, ich habe da auch nicht so die, ich habe da auch nicht so diesen Ansporn noch Gedanken, meine Gedanken kommen gar nicht in diese Richtung, und die fließen gar nicht so in diesen Fluss, den sie da vielleicht fließen sollten. Ich denke jetzt über die Schauspielleistung nach, ich überlege gerade so, ob ich noch einen von den Nebendarstellern, mal abgesehen von den beiden Namen, die den Film tragen, kannte. Ich kannte dich persönlich nicht vom Sehen her, ich weiß nicht, du kennst ja sonst immer ganz viele Leben. Carmen kam mir äußerst, also mindestens mal irgendwie, ich weiß nicht, ob ich in einem anderen Film gesehen, aber so, die wirkte schon irgendwie vertraut. Also hier stehen noch Martha Vickers und Dorothy Malone, wie ich jetzt beide nicht wüsste, waren wahrscheinlich noch Agnes und Carmen. Also die Carmen-Darstellerin wirkte für mich irgendwie schon so, die hast du schon mal irgendwann irgendwo gesehen, ohne dass ich nicht den Finger drauflegen könnte. Und sonst, auch die anderen männlichen Schauspieler waren mir jetzt nicht unbedingt bekannt, obwohl ich auch da wieder fand, die waren mir sehr gut von der Kleidung und vom Make-up sehr gut auseinanderzuhalten. Also der eine, der halt noch die Narbe hatte am Auge, der eine ist eben blond, der andere ist ein bisschen schmaler, der nächste hat die Brille und dunkle Haare und so. Also das hatte ich jetzt nicht das Gefühl, dass ich überlegt habe, oh Gott, war das der oder war das ein anderer? Höchstens eben mit den Narben selbst, dass da irgendwann, wenn ich mal kurz gesagt habe, okay, das sind schon wieder ganz schön viele Namen, obwohl es wahrscheinlich nur vier Stück sind, aber naja. Also der Film hat mich, also ja, der Film hat mich in melancholische Stimmung gebracht. Also in der Hinsicht ist es als Film nur ein Erfolg. Ja, das ist, ja weiß ich nicht, würdest du sagen, der Film hat ein Happy End? Das kommt darauf an, auf welche Figur wir schauen, glaube ich. Man könnte ja zum Beispiel sagen, naja, er endet halt, er muss ja natürlich irgendwann so, für das, für Recht und Gesetz ist es kein Happy End, weil ein Mörder davon kommt. Die kamen? Wie war denn das, oh, wie ist Lara McCall mit Vornamen? Vivian. Vivian hatte nur vorgegeben, sie wäre es gewesen, sie wollte damit ihre Schwester schützen. Genau. Okay, dann ist das okay. Ja, so, für die beiden wirkt es eben wie ein tatsächlich Happy End, dass sie jetzt zusammenkommen könnten, wobei sie ja eigentlich auch, wie ist die, ist die eigentlich verheiratet? Die heißt doch Rutledge, die heißt ja nicht Sternwood. Das habe ich auch schon wieder vergessen, wie es war, war die noch verheiratet? Ich wollte es in die Kriegsvirtue. Ja, 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 ja. Das ist ja so, wird ja nicht gesagt. Ob es dem Vater dann noch mal besser geht, ist ja auch nicht, aber das ist auch unerheblich. Ja, wir spielen uns dafür dann auch in Echtzeit 46 Spielen. Ich meine, im Auto ist ja auch dieses B drinnen, dran gemacht, die Plakette. Ja. Das ist doch während des Zweiten Weltkriegs gewesen. Ja, 46 ist kurz nach dem Zweiten Weltkrieg. Ja, kurz danach, aber ich meine, das währenddessen noch. Ob er jetzt während, weiß ich nicht. Naja, also ich meine, dass er keinen großen Sprung macht nach der Zeit, ist schon klar, aber ich meine, soll er wirklich nach dem Krieg auch spielen? Keine Ahnung. Also, weiß ich nicht, der wurde ja glaube ich noch gedreht, während noch Krieg war. Würde ich poppen. Also ist 45 mit gedreht worden. Es gibt hier diese, es ist hier noch auf der Blu-Ray als extra die Pre-Release-Version von 45 drauf, mit eben ein paar Szenen mehr. Ach so, na gut, das erklärt einiges. Weil ich habe nur gesehen, dieses mit den B, das ist ja immer dieses, damals für diese Tankstellen, so ein Zeichen gewesen, dass sozusagen, jeder musste ja wegen diesem Benzin einsparen, eine gewisse Anzahl tanken und es gab halt wirklich die, die unbegrenzt tanken konnten. Das waren sozusagen die vom Staatsdienst als Beispiel und er ist halt als Privatermittler mit dem Benzin. Ja, aber es fällt auf jeden Fall in die Zeit. Naja, ich würde nur sagen, am Kriegsende ist das halt, ist das aufgehoben. Meines Wissens nach. Ich kann mich ja täuschen, deswegen. Jo. Nö, äh, genau. Eieiei. So. Ähm, ja, also ich habe jetzt auch erstmal, also ich glaube, das ist so ein Ding, der wird bei mir wirklich, wie gesagt, in den nächsten Tagen und Wochen noch so ein bisschen reifen. Genau, der muss so reifen. So ein bisschen, äh, erst mal sein, sein Bouquet entfalten. So gut, nur reifen. Ich glaube, bei mir ist es so einmal sehen reicht. Ich habe es gesehen, ich war dabei. Ich wäre, es war für mich auch eine solide, ja, solider Film, aber es hat mich jetzt, es war keiner, der mich jetzt begeistert hat, aber über die Maßen geflasht hat. Es war aber auch keiner, der nicht sagt, wo ich meine Lea, guck dir nicht. Also es war komplett in der Mitte eine ganz gute Unterhaltung, aber für mich persönlich war es auch nicht mehr und ich, ähm, glaube auch unabhängig davon ist es, dass das nicht mein Genre ist, oder wenn nicht mein bevorzugtes Genre ist, ist es schon so, dass, äh, der, ein Film mich ja trotzdem mehr flashen kann. Also das hat man ja, hat ja Gilde auch bewiesen. Ähm, ja, ich glaube, wenn wir nochmal einen Podcast machen, dann müssen wir mal ein bisschen Romantik oder Convirt hier reinbringen, um uns mal auch wieder auf, auf, bessere Gedanken zu machen. Ja, also, äh, genau, ich kann mich nur nochmal wiederholen, ich glaube, der wird bei mir so jetzt die nächsten Tage nochmal ein bisschen aufgehen, aufblühen, aber so, ich, also ich fand es auch einen guten Film, sehr guten Film, äh, ja. Ja, wenn ihr den Film schon gesehen habt, könnt ihr uns natürlich auch gerne wissen lassen, was ihr so von dem Film haltet, oder auch von Humphrey Bogart und seinen anderen Rollen oder Lauren Bacall. Ja, oder wenn, wenn ihr schon Kommentare kommt, mich ja mal interessieren, welcher Krimi kann mich denn vom Gegenteil überzeugen, welcher kann mich denn von sich überzeugen, da war ich auch mal ganz gespannt drüber. Ja, gebt Tipps, äh, nennt eure Lieblinge, eure Empfehlungen, äh, auf wiederaufführung.de könnt ihr kommentieren, ihr könnt natürlich auch Twitter oder Facebook ansteuern, wenn ihr da unterwegs seid, ihr könnt uns theoretisch auch einen Brief schreiben, wenn das, das würde ja dem Film entsprechen, in der Zeit des Films, äh, ich glaube irgendwo auf unserer Wiederaufführungsseite muss ja ein Impressum stehen, da könnt ihr dem Christian, der heute nicht dabei ist, äh, schreiben. Irgendwo in den Untiefen müsste da auch die Adresse versteckt sein, theoretisch, praktisch. Ja. Übrigens sind Leute ja auch Ideen da. Man kann mit uns in Kontakt treten, ne, wir, wir reden hier gerne untereinander so, aber es ist natürlich auch immer schön zu wissen, was andere so denken, also das ist, und wenn es nur so ein Zweizeiler ist, das ist immer sehr, äh, interessantes Gefühl, also ich kenne das so, wenn ich dann denke, ja, keine Kommentare, oder ein Kommentar nur, und dann denke ich manchmal, nee, doch, das ist eigentlich genau das, äh, so ist das eben, das, das macht ganz viel aus, so eine Rückmeldung überhaupt zu bekommen, äh, auch wenn es manchmal, wenn man jetzt vielleicht denkt, oh, das ist aber nicht viel oder so, was man da zurückkriegt, aber das, jede, jede einzelne Stimme zählt. Okay, dann lass mal deine Stimme zählen. Hasi, wie ist denn, wie ist denn das, wenn du jetzt sagst, du magst gerne diese Cops- und Gangsterfilme und ähnliches, äh, welchen würdest du mir denn da empfehlen, dass du jetzt sagst, auch komm, guck dir die mal an? Äh, na, ich würde wahrscheinlich irgendeinen sagen, der für mich vom, von der, vom Klischee abweicht, im Sinne von, na, der Böse wird gefangen genommen und alle Guten freuen sich oder so und dann besteht ja schon wieder Gefahr, wenn du weißt, dass es irgendwie einer ist, der so abweicht, dann hast du eine, das ist die Erwartungshaltung gleich anders und so und das ist das schwer. Ich würde wahrscheinlich dir sagen, guck mal, to live and die in L.A., leben und sterben in L.A. Oh Gott, den hab ich schon mal gesehen. Wobei es wahrscheinlich auch wieder schwer ist, weil es ja auch so ein 80er-Film ist. Ja, ich hab ihn schon, ich hab ihn schon gesehen und ich möchte Christian in dieser Stelle zitieren, Karl, die schleppt hier nur die 80er-Jahre-Filme an. Na gut, ähm, soweit für The Big Sleep, Tote schlafen fest. Guckt Filme, habt Spaß dabei, auf Wiederhören. Ciao.